hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin natürlich auf die Ticket und heute habe ich das Spiel King of Avalon Dragon War 4. Ich werde das Spiel aber starten, vollbild reinmachen. Achso, durch lautes Musik. So, jetzt. Und jetzt war er im Start. Mein Account gefunden, hurra. Komisch, letztes Mal habe ich das nicht gefunden. Ist es mein Account wieder da? Verstehe ich nicht. Egal. Box ein bisschen leiser machen. Gut, und da sind wir und es geht los. Meine Armee. Wunsch. Was brauche ich denn? Gehen wir weg hier. 100.000, 200.000, 60.000. Ich überlege es mir noch mal. Ausbilden. Ach, warte mal. Ich muss doch einen von denen ausbauen, oder nicht? War das nicht so, oder war es der andere gewesen? 11? Nein. Nein. Verbessern. 3 Stunden. Warum so viel? Okay, dann bauen wir lieber es raus. Beschleunigen. Beschleunigen. Da ist eine Stunde. Nein, nehmen wir den hier. 11. Nehmen wir den. Okay, das ist okay. Ausbilden. Da, ich brauche essen. Futter, Futter, Futter. ah Mist ich bezahle ja schon gut dann mal das ganze schon was haben wir hier ein gratis das ist schön xp zwölf zwölf gehen wir zur Stabmauer oder erst mal hmm dann ja noch nicht so weit 15 das dauert das dauert weil ich spiele das ja eigentlich nur das spiel wenn ich hier dran bin also wenn das spiel hier dran ist forschung da saba Gegenstände Okay, dann haben wir jetzt sag ich mal die Punkte alle weg Oh ja Das ist schön, das ist schön Das ist schön Gut, da war es Da ist noch ein roter Punkt Achso, übrigens, ich habe hier keine Musik Musik ist ruhig überrechtend Und Ja Verarbeitet gut Und dann muss ich jetzt Echter Jahrestag, zweiter Jahrestag Jetzt kommen die täglichen Queste dran Meine Dailies Hier sind sie Verbessern einmal Gebäude Habe ich doch gerade schon Ach, und das Ganze dreimal Ich habe Den da unten am Laufen Dann müssen wir den wohl verbessern Das ist eine Stunde Nehmen wir erstmal den hier Fertig Ich weiß nicht, nee Guck mal, der ist Level 12 Und die anderen sind noch nicht mal auf Level 12 Der war Level 12 Genau, nun machen wir hier Getreide Ich brauche immer Getreide Okay, eine Daily ist fertig Verbessere ein Gebäude Wiederholte ich die Queste mal wieder Fünf Spenden Habe ich auch schon fertig Bild zwei Truppen aus Habe ich auch schon Steht auch abgeschlossen Sammle 500.000 Ressourcen Äh, 50.000 Ja, 50.000 Ressourcen Führe einmal in Forschung durch Forschung, das habe ich vergessen Ah, Forschung war Was ist das hier? Ja Entwicklung Okay Dann haben wir noch War ja nicht ganz so viele Quester Ressourcen sammeln 50.000 Wird gemacht Meine Stadt Da ist eins Besetzen Das ist wenig Ich brauche 50.000 Ah, da ist doch 40.000 drin Da brauchen wir also Level 3 Da Besetzen Nehmen wir doch hier diese Kleine mal Man muss aber die stark Nehmen wir auch die schwach Nehmen können zum Sammeln Hm Ah, Level 1 Level 2 50.000 Okay Läuft in 4 Tagen ab Gut, dann schicken wir die mal los Und Das dauert zwar fast 3 Minuten bis sie da sind Wo steht die Wanderseite? Da ist sie Gut Danke fürs Rückser Book Äh, dann schau ich nochmal bei Dailies nach Oh, ist jetzt das dritte Mal? Also ich hab schon zweimal gemacht Obwohl das ist ja schnell Ich verstehe es nicht Keine Ahnung Keine Ahnung Und der sagt Es sind 5 verfügbar Geringer Verlust Dann schauen wir uns mal den Kampf an Da kommen die Truppen 5 Sekunden auch Und 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 Verluste 101 So gut Ah Gleich nochmal Gleiche Stelle Ne Vorher war mal da Was Das Das ? Das 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 Was bedeutet die weiße Flagge da? Es ist nicht besetzt, wenn ich rauche. Nicht besetzt. Hm. Das meine Leute. Und die brauchen 21 Minuten. Wow. Das ist mal nice. Okay, auf die nächste. Warten bis sie da sind. Immer diese Wartezeiten, die sind hier ganz schlimm. Ok, und Angriff Held, probieren wir den schlechtesten von mir auszubilden, das ist der, mal wieder der, jetzt ist er Level 9, immer noch Held, umsteht die ganze Zeit, das mit TXP, ah, das, warte, nein, das wollte ich bei den, das wollte ich nicht bei den Crew machen, das, das hier, da benutze ich dann die stärksten. Immer noch. Ne, nicht mehr. Hm, keine Ahnung, keine Ahnung, warum der da noch leuchtet. Dann gehen wir mal zur nächsten Quest, noch zweimal. Dann gehen wir mal. Wieder in der Stadt gehen. Ich glaube, ich sollte die anderen mal heilen. Ähm. Aber wo sind die? Tauschbörse. Tavernen. Ach, ja. Heilen. Sehr gut. Wow. Hm, drücken wir einfach auf Heilen. 300 Leute. Und jetzt das letzte Mal. Suchen. Da. Jetzt. Oh, die ist jetzt nach Norden. Dann. Da. Da. Da, das ist doch nicht so. Ich weiß nicht nicht mehr. jawohl haben wir geschafft und geht nicht mehr gut wird freigeschaltet wenn er kristalle 5 erreicht hat welcher kristalle wo ist der kristall hier sind kristalle er hat jetzt kein level keine ahnung welcher kristalle und wenn es einer sieht und sich bitte den spieler auskennt kann er mir bitte sagen welcher kristalle auf level 5 oder kommt später erst noch bestimmt naja machen wir erstmal was anderes fertig geht nicht gebäude ausbauen truppe ausbilden ist auch fertig abgeschlossen ressourcen wird bestimmt jetzt abgeschlossen sein in 20 minuten forschung forschung verschleunigen verschleunigen du wirst klüger und stärker ich weiß vor zum Video Wunsch erad 건 die dann werden wir mal das hier beschleunigen 12 dann machen wir den hier auch noch auf level 12 wir werden jetzt einfach alle Gebäude auf level 12 machen wenn dann immer noch was fehlt, dann machen wir mit den Forschungen weiter das kann ich mit den Drachen machen Fähigkeit und das ist die schlechteste Fähigkeit verbessern das geht nicht ah genau diese verbessern ok beschleunigen nein doch 60 Minuten ist richtig fertig ach das war das falsche 50 Minuten einsetzen und fertig verbessern verbessern beschleunigen einsetzen oh was habe ich da gesagt nochmal verbessern 5 Stunden 5 Stunden 5 Stunden ok das ist ja ätzend ok dann bilden wir hier wieder Truppen aus der Wunschbrunn den werden wir natürlich auch schnell verbessern beschleunigen beschleunigen einmal eine Stunde 2 mal 5 Minuten fertig dann dann jetzt kriege ich hier wieder ein Wunsch no schon 12, 12, ah hier dennoch verbessern beschleunigen 2 mal 60 Minuten 3 mal 5 Minuten fertig den hier Lager aus verbessern 4 mal 60 Minuten 4 mal 60 Minuten 3 mal 5 Minuten 3 mal 5 Minuten oh falsch wenn wir die Forschung auch hier verbessern beschleunigen verbessern verbessern 9 Stunden ah ich muss nur 7-bit sein das ist schön gleich eine Forschung hinterher oder das hier oder das hier oder das hier kann ich den hier nochmal verbessern beschleunigen eigentlich müsste ich das ja mal so machen ein weniger und dann eine Minute nehmen das sind nur noch 2 eigentlich mache ich auch jetzt mache ich auch jetzt so ich habe mich nur noch 8 und dann bin ich fertig haben wir alles der Ton da da und noch die anderen Sachen da und dann bin ich fertig dum 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 und dann fertig dann beschleunigen ein weniger der und der muss noch auf zwölf gebracht werden und das war's dann erstmal die Armee erstmal die Armee gut dann werden wir hier erstmal reinhauen 2 Stunden beschleunigen ok verbessern Bündnis für alle 1662 wow 16 Millionen Holz ok Beschleunigen 3 Stunden eins 3 nicht 1 1 2 2 3 2 3 4 3 4 Jetzt kommt hier noch zwei Gebäude, dann sind wir fertig. Jetzt kommt hier noch zwei Gebäude, dann kommt hier noch zwei Gebäude, dann kommt hier noch zwei Gebäude. Okay, ich glaube das war's. Keine Nahrung mehr. Ich glaube das war bei denen auch schon. Hm? Bei mir? Was? Nein, nicht bei dir. Bei dem Spiel hier. Achso. Ja, da gibt es keine Nahrung mehr. Okay, haben wir das Ganze fertig. Jetzt nur noch das Hauptgebäude aussehen. Verbessern. Ein Tag, drei Stunden, 21 Minuten und 34 Minuten. Die Möglichkeit sind es 21 Stunden und 32 Minuten. Gut. Dann müssen wir jetzt noch auf die Tagesquests gehen, schauen was wir dort gekriegt haben. Abgeschlossen, abgeschlossen. Abgeschlossen. Ah, alles fertig. Mist. Das heißt, ich kriege da keine Punkte mehr für. Wie betraut. Dann geht es nur noch da drüber. Aber welcher Kristall? Aber welcher Kristall? Also ist das bei mir irgendwo ein Kristall? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Tut mir leid. Ich habe keinen Schlüssel für die Truhe. Hm. Oder ist hier was mit den Kristallen? Mäpp. Glückwunsch. Dankeschön. Oh, so nah dran. Da kommt man nicht hin. Wird freigeschaltet, wenn der Kristall auf Level 5 ist. Bei der Gilde, Allianz, haben die ein Kristall. Okay. Hm. ich schaue erstmal hier nach also es war nicht nach dem kristall jetzt was ich hier noch verbessern kann 6 hellen kann ich noch was verbessern hellen was ganz aufgebaut ist grün möchte ich ja die fähigkeit nicht ausbauen auf level 14 nice ja gut ich würde mal sagen das war es denn schon für heute was ist das mitmachen ok wegdrücken einsammeln mit dem was schon das gleiche mitmachen mitmachen und löschen fertig ich würde mal sagen was war es denn schon für heute ich würde sagen das war es für heute danke schön fürs zuschauen genau spiel beendet danke fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn man nächstes mal dabei sein bis dahin wünsche ich viel spaß und auf wiedersehen ciao ciao ciao